die zweite runde von random smash ultimate ich spiel als shai oh mein gott da bin ich oh mein gott ich glaub die map hab ich noch nie gespielt ja Schade. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Oh mein Gott ist das spannend Oha Okay Das ist das Ranking Nach 2 Minuten 24 war Ende Ich hab Pummeldorf K.O. geschlagen Hab ich gar nicht mitgekriegt Aber das solls auch schon wieder gewesen sein Hier Mit Random Smash Ultimate 2 Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei Wenn was Neues kommt Ciao